ja hallo zusammen zu einer weiteren aufnahme titel fest vermutlich die letzte für heute was jetzt aufgenommen ich glaube irgendwie sowas und ich habe noch einige paar folgen also von daher sollten wir auf jeden fall für die nächsten zwei wochen schätzungen hinkommen morgen werde ich dann schon mal für die nächste woche aber wer von euch arschlöckern beschießt mich rein fragen freunde für die nächsten werde ich auch noch mal last epa für die nächste woche aufnehmen für diese woche habe ich natürlich alle folgen ich habe gerade echt schwierigkeiten mich damit heranzusetzen weil ich aktuell schon wieder echt nicht weiß warum ich so prügel bezogen habe gestern ja dass das ultimate schwieriger wird und so weiter und so fort alles normal bin ich voll bei euch allerdings in der folge ich weiß gar nicht ich habe keine ahnung irgendwie jetzt habe ich drei folgen hochgeladen die kommen diese wochen noch werden sie das aufnehmen diese folge hier oder diese vollkommen aber frühstunden zwei wochen also von da sind folgen ja schon durch habe ich so böse prügel bezogen dass ich es auch nicht verstehe das ist mein problem wenn es jetzt wenn ich jetzt ich meine wir im dorn und teilen fest sind sich an vielen punkten sehr ähnlich selbe programmier schmiede und so weiter und so fort und ja mal viele ideen in gründern umgesetzt die sie auch hier umgesetzt haben oder beziehungsweise noch mal verfahren hat oder 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 da ist ein brunnen das ist gut weil das war für euch ja wie gesagt letzte aufnahme sein ich verstehe aber nicht warum ich da so prügel beziehe alle meine resistenzen sind tippitoppi also zum großen teil über den notwendigen 80 prozent leben gut ist jetzt nicht so dass ich damit da hohen reichtum an leben habe schnauze aber es ist schon durch was nicht 16.000 also was 16.000 leben bei dem charakter den ich gerade im dorn spiele gemacht irgendwie weiß ich nicht 60.000 schaden pro sekunde ich verstehe nicht ich sag's nochmal ich verstehe nicht warum ich jetzt in den letzten drei folgen so auf die fresse bekommen habe und das nervt mich gerade ganz gewaltig kann das gar nicht anders sagen es nervt mich richtig wenn ich es erklären könnte wenn ich wüsste da ist jetzt der schwach kommt okay todes rasse dann hörst du mal auf dahinten aber gut vielleicht gucken viele von euch gar kein tight in quest oder wie auch immer und wie gesagt wenn diese folge ja rauskommt dann ist die tight in quest folge schon lange die die im dauernd folge auch schon lange durch und da ist es dann nicht mehr relevant vielleicht habe ich das war auch schon mit kümmern aufgehört also aktuell ist es so dass ich mich gerade echt schwer tue das aufzunehmen vor allem nach gestern nach drei folgen aufgenommen habe keine ahnung macht das jetzt auch schon ewig lange hörst du auf ist ein blutsauger ich weiß die fressen nämlich lebenskraft die arschlöcher eine lebenskraft bleibt bei mir da ist auch nichts weiter was denn jungs muss doch nicht sein oder ja auf meine lebenskraft zu saugen finde ich in ordnung meins was meins soll auch meins bleiben so hör doch auf hier manchmal frage ich mich dann warum er einfach mal aufhört mit dem zuschlagen habe ich eigentlich diese habe ich die mitgenommen verstehe ich jetzt gerade nicht dachte ich hätte die eigene steckt ich muss noch mal zurück habe ich die echt liegen lassen was soll ich dir denn liegen lassen mich dann doof und ja das war eine rhetorische lage so da ist nichts weiter ist durch den scheiß da muss die todesrassel madame was die so schönes kann schrift roller kann macht habe ich nicht schrift roller habe ich doch hier was auch immer macht gift schaden für drei sekunden leise leben 30 energie die angstgeschwindigkeit ist nice aber sonst insgesamt nicht der börner aber ich muss das doch noch mal holen hätte ja auch was richtig gutes sein könnte hätte auch wenn das klar war wie das bei mir jetzt nichts richtig gutes droppt aber hätte sein können rein theoretisch wer bist du denn genau stört einfach so da haben wir wieder was zu töten erst mal das ding teilen ach ja auch so und ihr seid ein paar zu viele hören die gerade von meinem geschmack könnte es auch ruhig gehen die monster köder trampeln arschloch ja ist gut hier so gesundheitstrand gesundheitstrand skelett das tod ist ach du willst auf den du dir kein zahlen an also ich bin ja jetzt nicht so dass ich das nicht möchte so kannst du denk hier auch mal aufhören können wir nichts mit anfangen damit schon nach ja auch so das war das gesundheitsrank er damit wir noch irgendwas ich sehe hier wir können noch mal da gucken aber da ist auch nichts weiter da ist es war da da ist ein brunnen den holen wir uns erst mal egal ob wir da gerade angegrunzt wurden sind oder worden sind oder nicht genau von dem ja ein minuten so kannst du doch mal aufhören danke so dass wir das teil also in dieser folge noch durch das labyrinth durchkommen wäre ganz nice dann hätten wir das auch abgeschlossen weil ich finde diesen part jetzt gerade eher so ein bisschen pfade ist jetzt nicht so aufregend also zu formulieren guten tag ihr ihr seht aber dass die chancen von dem char so das haben wir doch schon zum x mal gefunden ja scheint so ein dauerteil zu sein aber egal bringt geld weiß nicht ob das spiel uns unbedingt ans herz legen möchte dass wir das benutzen sollen ich kann nicht sagen habe ich gerade getrampetet da komm doch mal auf das ding ein das machst du nicht das machst du nicht hast du keinen bock drauf aber ich merke nämlich auch wie mein kaffee durst gerade steigt was ein nicht so schöner zustand ist da haben wir da noch mal kommen wir da irgendwie lang mehr hier nicht so da haben wir nochmal ein frost schreien machen wir das euch kalt ist so ich finde mich sehr nett von den leuten die einfach so ein paar schreien hier entstellen die irgendwelche speziellen fertigkeiten haben finde ich super super nett von denen wieso komme ich da jetzt eigentlich nicht in die mitte muss ich denn jetzt hier rum vermutlich alle abwitz mich veräppeln also ich denke schon dass wenn man jetzt auch ein bisschen glück mit den items hat gehört ja sowieso bei den spieler dazu dass man hier auch durchaus was bereisen kann weiter geht's noch weiter geht's noch okay aus danke aber nichts interessantes fallen lassen bis auf ep und blut ja genau schon mal ankündigen dass wir kommen oder was war das warum auch immer bin ich irgendwie auf die y-taste gekommen jetzt ist auch egal ich drehe jetzt nicht wieder um das mache ich nicht ich will ja auch nicht ich werde nur das warte mal ich will ja jetzt verarschen da haben wir jetzt die goldene truhe die sehen wir lassen mal hier in die mitte stellen jetzt sehe ich gar nichts mehr naja jetzt ist gut alles da das war okay weil es war weißes zeus dinge die uns nicht mehr tangieren auch wenn wir jeden einzelnen cent brauchen alter hast du nicht eben mal ganz kurz schlafen gelegt kann die mal aufhören so das scheiße könnte auch mal aufhören lala okay nehmen wir alles mit ich hoffe dass wir bald mal ich glaube das geht auf der anderen seite noch weiter wenn ich das zurecht in den augen habe ich bin mir jetzt gar nicht so sicher ja und das würde bedeuten wenn wir in dieser folge auf gar keinen fall mal ich habe doch auch gerade was der erhöhtere generation des lives ist schon sehr wichtig ist halt kein dauerbach ob sechs minuten hätte oder so irgendwie so was in dem dreh aber schon sehr wichtig da gestern ab und zu den einfach wieder anzuschalten ich habe das doch ihr braucht braucht eure erregung aber nicht rauszuschreien nur weil irgend so ein altgriechischer hält kommt müsst ihr nicht die engel klamotten anwerfen und nicht nerven aber einfach sterben würde schon reichen entschuldigt so wie kommen wir dann da da geht es lang hallo könnt ihr mal damit aufhören so das waren die da sind auch noch mal kam wir hauen uns erst mal den verpissen ist nicht eine gorgonen krone gesundheitstrank euch habe ich auch gesehen hier das war die hier war der den hat man noch nicht gut dass ich noch mal angegangen bin ich war mir jetzt nicht ganz sicher aber ehrlich gesagt ihr lieben haben die jungen auch im weg die 20 minuten sind fast vorbei ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit und sage bis zur nächsten aufnahme session von titan quest habe jetzt ja wieder ein bisschen zeit gewonnen also macht's gut tschüss 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 tschüss